Hallo meine Freunde, willkommen. Ich hänge hier an der Augenbraue rum. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Beziehungsweise, was ich eigentlich hier gerade mache. Auf jeden Fall müssen wir ein Rätsel lösen. Und zwar geht es um... Ähm... Licht. Wir müssen auf jeden Fall die Lichtstrahlen irgendwie so hinbiegen. Ähm... Ähm... Das... Ja, dass wir mit den Spiegeln das alles irgendwie so koordinieren können. Sodass der Dolch irgendwie ganz aufgeht. Und ich weiß auch nicht genau, was das Spiel von mir möchte. Auf jeden Fall... Ähm... Haben wir hier einen Lichtstrahl schon mal freigeräumt, sozusagen. Und der kommt da raus und der... Ah, jetzt habe ich es geblickt. Jetzt können wir mit diesem Spiegel... Der... Auf dem Kopf... Von einem Viech ist... Den ein bisschen umlenken und zwar... Moment. So. Genau, jetzt gehen wir hier nochmal hin. Ach, komm schon. Das ist ja dumm. Warum zeige ich mir die Kamera, ich soll da hin? Dann denke ich immer, okay, dann springe ich halt mal da hin. Aber so wie es aussieht, war das keine gute Idee. Oh mein Gott, dein Ernst? So. Ach, die Kamera. Ohne Scheiß. Und wieder tot. Leck mich am Arsch. So, Leute, jetzt passt's auf. Jetzt sehen wir diesen. Ach nee, der ist schon da. Ich muss aber trotzdem hier irgendwo runter. Wenn ich hier rüberspringe. Okay, das sind die Hose. Ach, leck mich! Scheinbar muss ich an diesem... Fähig bleiben. Aber immer, Alter, war ja nix. War ja hier und dann... Ne. Ich war da und dann hat mir das Spiel gezeigt. Oh, guck mal. Hier nämlich. Achso, hier komm ich runter. Achso. Schön. Mein Gott. Warte. Dahin? Ja. Sieht sehr gut aus. Gut, dann haben wir hier schon den nächsten. Juhu. Juhu. Hör mal da rüber. Da dieser Kopf. Da stecken jetzt wieder den Dolch rein. Das war's. Ja, noch einen geschafft. Sieht aus, als hätte die Klinge einen Weg geöffnet. Links von dir. Hab's. Was? Achso, das hier, ja. Das weiß ich. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Da das jetzt geöffnet ist, kann ich den Leuchtstrahl woanders hinsetzen. Macht aber keinen Sinn. Ich glaube, den lassen wir mal. Dafür klettern wir jetzt wieder an dem Dolch hoch. So. Das war sehr doof. Ach. Nur noch eine Klinge. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall auf dieser Seite nicht hoch. Woher wäre es an der Seite? Aha. Da hoch. So. Müssen wir hier wahrscheinlich wieder irgendwas runterziehen. Wow. So. So. Das ist klar, wo geht der Lichtstrahl hin? Darüber. Das heißt, wir nehmen den jetzt von dort. Macht das Sinn? Aber ich bin ja nicht ohne Grund hier oben. Wir müssen den anderen Reflektor ausrichten. Alles klar. Wir müssen dann genau da reingehen. Gut, wir haben's. Nee. Nee. So. Jetzt aber. Nein. Jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ich wollte jetzt gerade runterspringen. Aber wenn ich das so sehe, dann nehme ich auch gerne diesen Weg. Genau. Also bitte. Wieso stirbt er davon? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Und jetzt? Und jetzt? Also, das Geheimnis von Shambhala ist tatsächlich im Hals dieses Typen? Ich denke schon. Okay. Okay. Unglaublich. Chloe, ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Formen dieses Gipfels? Er ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es, ja. Das ist es. Rausschießen, natürlich. Hä? Oh, nee, ey. Oh Gott, wie schlecht. Oh Gott, wie schlecht. Das ist es nicht gut. Mist. Die sind direkt an Jeff und Elena vorbei. Wir müssen zurück zum Eingang. Ich mache mir gerade eher Sorgen um uns. Ich mache es. Okay. Dies ist los. Stirb. So, Baby. Mach euch alle fertig. Hä? Wo sind die? Hallo? Ach da. Ja, ich dich auch. Oh fuck, ey. Oh fuck. Komm. Schnell, 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 schnell. Wir schaffen das. Schneller. Oh Gott. Oh Gott. Der ist so lächerlich einfach. Man hat einfach keine Chance. Und gleich wieder tot. Oh nein. So. Genau. 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 Schildspacko. Das ist bestimmt noch einer. Nicht? Halleluja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fick dich. Schnell raus hier. Ich will einfach nur raus. Ich will einfach nur raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her. Wieso denn? Oh Mist. Wo sind sie? War klar, dass das passiert. Das war es wirklich. Alles klar. Fehler. Wir sehen uns. Bis dann. Hey, tschüss. Ciao. Bye.